Musik 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 Und wir werden den Zeit, dass Sie hier unerwünscht sind, dass Sie hier nichts haben wollen. Und auch egal, ob Sie hier kommen müssen, hier wieder herzukommen. Die sollen bleiben, die sollen ihren Kopf besauber machen, die brauchen, bringen sie frisches Wasser. Das ist notwendig und wir machen klar, dass diese Stadt, oder was ist, dass diese Stadt weltoffend ist, dass diese Stadt gut ist und dass es hier für Rassismus, für Hexe und für Stärkung, wir haben gerecht, wir haben überhaupt keinen Raum gegeben. Ein Teil der Gruppe bleibt jetzt hier. Wir machen das aber nicht wie im Kindergarten mit abzählen, sondern ihr entscheidet selber, was ihr macht. Deshalb, der andere Teil und der LKW gehen jetzt hier rüber Richtung Hafenbrücke. Ihr entscheidet, ob ihr mit einem Teil des Equipments hier bleibt und hier laut und deutlich Farbe bekennt, weil die sind nicht weit von hier, falls ihr denn überhaupt gekommen seid. Ich hoffe ja immer noch, die sind gar nicht da. Und der andere Teil geht mit dem LKW nach drüben. Wir warten jetzt hier einen kleinen Moment. Wir hören in der Zwischenzeit nicht alleine lassen. Ich habe viele Gesichter gesehen, die viele Kilometer zurückgelegt haben heute, um hier zu sein und uns zu helfen. Vielen Dank an euch alle. Und für alle, die mitkommen, kann ich schon mal ankündigen, wir haben noch vier. Das ist ja auch. Das ist ja auch.